hallo liebe zuschauer herzlich willkommen bei einem rollenspielprojekt jo ich bin mit ein paar kleinen mods die das vanilla nicht so überdecken einfach unterwegs weil ich habe noch ein server ich warte noch auf den server der host ist bezahlt aber noch nicht ist alles eingestellt dass ihr dort zum beispiel teleportieren könnt und so wenn irgendwo in eine andere welt wollt und so das ist noch nicht eingestellt aber das werde ich dann bald machen können und ich möchte nebenbei während dem streaming auf twitch.tvs trago basler noch gerne im singleplayer einfach ein bisschen rollenspiel und jo die mods findet ihr unten selber adresse auch und so wenn ihr fragen habt ab in die kommentare und jo viel spaß mit dem rollenspiel jo ihr trago basler tschüss so endlich mal wieder in dieser bockigen welt richtig cool ich freue mich mal riesig so ja ich muss natürlich wieder überleben ja wie mache ich das ich hole mir erst mal werkzeuge und zwar eine holzspitzhacke ja das ist sehr wichtig weil ich möchte schön bauen können möchte viele details und viele schöne sachen erleben und das kann ich am besten wenn ich jo in aller ruhe hier ein paar sachen jo schaue ja mache oder also schaue dass ich sie gut mache gut jo wir brauchen vor allem holz gerade noch geht ein bisschen eine axt eine holz das ist für mich nicht so gut die mache ich immer so schnell kaputt jo wir haben ein wald okay möchte aber irgendwas finden was sehr speziell ist also ich möchte gerne bei den bienen wohnen stimmt das wäre geil jo schauen wir mal dann okay aber eine höhle wäre auch nicht schlecht auch noch ein paar setzlinge ich möchte diesen baum ein bisschen jo haben in der nähe wieder anpflanzen können und auch davon gut holz kriegen das sind sehr gute bäume finde ich ja ich freue mich wirklich wieder schön normal in der block in welt zu gehen sein nicht viele jo extra features zu machen ich möchte natürlich auch ziemlich ich habe angst vor bienen jo vieles erleben es ist ja klar man ist in einer neuen welt die sehr sehr blockig ist ich sag das jetzt gerne immer wieder ganz komisch sonst war ich mir gewohnt irgendwie runde sachen zu haben oder ja eckige mehr eckige als nur viereckige strachen aber bin mal gespannt wie es so wird möchte auf jeden fall ein paar sachen zeigen die ich jetzt jo mit anderen nicht so zusammen machen kann weil ja die anderen halt da sind und da muss ich ja auch ein bisschen etwas schönes bauen oder nicht übertreiben aber hier kann ich übertreiben so schön locker ein paar setzlinge geholt und danach habe ich überhaupt keine angst nur von bergen ich habe von bienen und bergen angst und von wölfen nicht hallo wilder wolf cool so ich habe hier oben noch ein problem kurz wegen diesem zusammenkommen so dann mache ich am besten hier unten hier oben ja sehr gut wunderbar aber hat es hier keine höhle ich möchte doch unbedingt irgendwo kurz buddeln ich hatte ein problem der der physik mod also ich rede jetzt mit dem rollenspiel dazu im physik mod sind alle sachen eingestürzt wenn du einen block abgebaut hast sind obendran alle wie gravel oder sand also gravel ähm kies oder sand runtergestürzt oder trockenbeton und das war recht gecheater ich konnte bäume mit einem schlag zu nörmisch befellen ich weiss nicht wie lange ich danach gesucht habe weil das vorher nicht im pfeffermod war und jetzt ist es plötzlich standard also wenn ihr da probleme habt zu sehen welche blöcke alle ein bisschen abbaut in der nähe dann macht das dort oder weil sonst jo gibt es natürlich einfach spielerische grosse probleme mit cheating und so ja gut schwarze schafe ja will ich nicht hören das ist rassismus so aber leider brauchen wir halt wohl ja was macht das Schaf dort wieso hüpfe ich überhaupt einfach weil ich früher schon ein bisschen in solchen Welten gewesen bin in einer anderen Dimension so haben wir irgendwo eine Höhle dort drüben hä boah ist das geil hier echt geil aber sehr sehr gefährlich wie so da ich ja sowieso mich sehr satt fühle renne ich mal ein bisschen damit ich ein bisschen ins Training komme das ist auch wichtig ja sehr wichtig gut also aber ja noch keinen Schaden machen erhalten es ist wirklich schmerzhaft geile Höhle ok Kohle kann ich gebrauchen das brauche ich ein bisschen oh es hat noch mehr Kohle unten dran ich sehe von diesem Geröll fast keine Blöcke unten dran so was ich sehr cool finde Kamele haben jetzt zwei Höcke wie Kamele eigentlich haben müssen es sind keine Drometare mehr ich glaube Drometare ist die größere Gruppe aber ja sie heissen glaube ich auch Drometare aber es sind jetzt Kamele also es ist halt einfach ein bisschen besser also ich mag Kamele besser die machen nicht so Arsch wie sorry wegen dem Fachausdruck aber ja wir haben hier irgendwie komischen Stein den habe ich noch nicht so kennengelernt sieht aber ziemlich cool aus wenn eben nicht so viele Blöcke wären so wunderbar also ich fühle mich schon ziemlich sicher ähm ja ich bin halt ein Survival-Experte ich bin ja ein Natur-Fan ich bin die ganze Zeit irgendwo in meiner Region gewesen wo es so Tafelberge Tafel Jura gab das war so ja eigentlich ziemlich schön aber eintönig und jetzt freue ich mich wieder ein bisschen blockig zu sein das ist doch auch nett warm ich kann wieder etwas benutzen oder machen wo ich halt sonst in der Welt nicht hatte aber es war eine schöne Region mit einem grossen Fluss und ähm einem Knie einem Knick im Fluss so ähm was bräuchten wir noch wir haben keine Steine mehr müssen noch ein bisschen mehr Steine holen so ja ich freue mich wieder auf Abenteuer zu gehen ein paar gefährliche Dinge zu machen ich hoffe einfach ich komme es gut ähm ja hab's einfach gut es könnte ja sehr gefährlich sein und bin ich so gerne plötzlich jetzt muss ich mal schauen also zurückhalten werde ich mich nicht was ist das Höhe okay etwas Neues kenne ich gar nicht so ähm was könnte ich noch gebrauchen einen Ofen hä das ist cool ich kann so schnell einen Ofen machen also da in meiner anderen Dimension brauchte ich ungefähr 20 Jahre bis ich einen Ofen gemacht habe der funktioniert aber hier so ja ich bin sehr schnell beim Handwerk das weiss ich aber ist ja auch ein bisschen komplizierter also vor allem besser Öfen zu machen oh die Maiglöckchen die mag ich das sind schöne Blumen die nehme ich jetzt mit oh die kenne ich auch noch von meiner alten Dimension so ich habe irgendwie ein Problem dass ich gerade die Schaufel immer auswähle ich bin ein bisschen jo Kontroll äh Kontroll Kontrolliert oder ähm keine Ahnung was das ist ähm das ist schwer keine Ahnung wie man das ausstellt aber das ist jetzt wirklich blöde hm hm weil das hatte ich eigentlich nicht mehr ich hatte es schon mal aber genau weiß ich es nicht wo man das einstellen kann das ist ein bisschen blöde das möchte ich eigentlich nicht so geht das überhaupt ich glaube das geht schon nicht das ist kein Problem ich habe kein Schaf auf kein weiter Schaf so ah ich glaube ich weiß wo ich das einstellen kann ähm jetzt weiß ich nicht welchen Mod das hier ok ok sehr schön ich hatte einen Crash das ist doof ich stelle mal den Mod aus so sonst kann es keinen anderen Mod sein ne also Sachen brauche ich nicht gut gut also sollte es jetzt nicht mehr crashen und sonst weiß ich auch nicht wo die Crashs herkommen ist halt Java und unterbricht mein Rundspiel ich möchte doch das schön haben aber im ersten Part ja kann es halt noch zu Problemen kommen und man braucht halt auch ein bisschen Hilfe vielleicht weiß es jemand so äh Formatierungsprobleme wie ging das mit dem ähm Neuladen 5 5 so jetzt geht es wieder ganz komische Bugs blöde Käfer so wenn es häufig gecrashed ich weiss gar nicht was ich machen soll so ähm ich suche Schafe Schafe schöne blaue Blumen schöne rote Blumen schöne weisse Blumen ich sammle Blumen das ist eine Hauptbeschäftigung jo vielleicht brauche ich es ja mal zum Dekorieren oder zum Farbeherstellen soo aber hier haben wir keine Schafe aber ich habe Schafe gesehen da drüben es ist jo da drüben hat es auch Schafe gut ok wunderbar ja es ist eine coole Gegend aber irgendwie fehlen mir noch die besonderen Sachen oah wenn ich schon an Monster denken muss ist noch ein bisschen zu früh fühle mich noch nicht ganz so geschützt ok ok da ist nur ein Zombie ein bisschen in einer Veränderung also die Mutter töte ich nicht nein ich bin keine ja eigentlich kein Tierquäler aber ich muss ja irgendwie überleben so was ist das ein Schlafsack ok krass so schlafe ich noch ein bisschen am Abgrund oder ich könnte einen Meter runterfahren ist auch nicht so gut und oh das war ein böser Zombie der hat mich gefunden in der Nacht so lieber nicht zu viele Blumen ab das macht müde ok wunderbar und ah Zombies brennen also in der Nacht einen Tag sehr gut hey böse so solange wir Kisten herstellen können ist das kein Problem so tschüss auch ins Wasser Zombies im Wasser sind gut die nerven nicht also ich habe noch etwas anderes gesehen Zuckerrohr das ist wichtig zum Papier herstellen und Zucker sehr schön die blauen Blumen brauche ich ein bisschen mehr wunderbar also was haben wir denn noch ähm ja ich habe ein bisschen eine Verletzung es könnte ein Bein ab sein es könnte ja Prüfungen Fleisch unten ja ich habe eine Map dabei also ok sehr gut dank der Map gut ähm gehen wir mal rüber weil hier haben wir ganz komische ja wachidioten idio crazy ähm Leute die zu viel gamen die muss man ein bisschen hüten sonst machen sie Blödsinn soll lieber nicht zu viel rennen das ist sehr sehr kräftekostend sehr unten effizient gerade momentan wir müssen noch ein bisschen überleben können wir brauchen mehr essen so ein Kürbis reicht einmal also dieses Dorf ist mein Stützpunkt hier hat es eine tolle Ebene da tue ich mal ein bisschen mehr machen aber ich muss die Dorfbohne irgendwie dann schützen es sollte noch nicht so lange da sein ok Karotten Weizen nochmals Karotten bisschen mehr Weizen was haben wir was haben wir ah Kartoffeln Dankeschön ihr äh Fach Menschen Fachangestellten für ähm Faulheit ich möchte gerne äh jo noch ein paar andere Sachen haben aber ist ein bisschen schwierig Hallo Golem sind sie äh bewandt in meinen Künsten ich kann aber nicht so kunst oft sein ja genau ich sterbe noch oder doch ein Block mehr tut mir leid Golem ich muss irgendwie überleben oh tut mir leid also ich weiss welchen Fachangestellten für Faulheit äh hier existiert gell also nicht wundern so aber irgendwie etwas essen muss ich trotzdem was habe ich da noch ja das Fleisch komm ich esse jetzt mal für euch ein bisschen rohes Fleisch aber macht das ja nicht da hat es ganz viele komische Sachen drin jetzt müsste ich zuerst braten sonst ist es einfach nicht gesund könnte Krankheiten auslösen das ist nicht so toll also wo haben wir diesen Fach Mann für Maschinen Maschinen da oben ist er das ist eine Maschine so ich habe es leider schon lange nicht mehr gemacht also nicht bunden wenn ich ein bisschen schlechter bin in dem die Reichweite muss ja auch stimmen so ich bin leider nicht ganz so mega mächtig bewandt mit allem das das ist klar man ist ja nicht so oft genau in dieser Dimension so dafür habe ich noch ein bisschen Material bekommen ein bisschen Eisenbahn okay der Gipfel 6 okay das ist ein guter Trade den möchte ich haben hier haben wir noch andere Blumen und ich habe ja auch noch blaue Blumen gesehen also so türkische Blumen die sind sehr cool schön zum dekorieren die brauche ich dann zum dekorieren also ich habe es vor so also ich möchte gerne ähm noch ein paar blaue Blumen einsammeln ihr wisst ja ich mag blau scheinbar so also wo könnten wir wohnen dort auf dem Berg das ist aber ein bisschen schwierig ich möchte eigentlich in der Nähe von einem grossen Berg wohnen ähm muss jetzt einfach noch ein bisschen nachdenken weil ich bräuchte so hier am See ich bräuchte ein paar Sachen und ja sollte auch ein bisschen weiter weg vom Dorf sein vielleicht dort also dort sieht es ziemlich schön aus es hat viele Pferde hier und ja ich möchte irgendwie aber spezieller wohnen ähm also hier sieht es cool aus wir könnten aber hier wohnen irgendwo in der Nähe oder da muss ich sicher mal hin hier unten auf der Insel wäre cool ähm jetzt muss ich mir gar nicht mal denken hier war der Spawn ungefähr kann ich da irgendwie ist Shunimap aber abstürzen das ist ein bisschen blöde ist das Shunimap? ich habe nur einen Waypoint machen wollen ok das ist nicht gerade so stabil weil zuerst dachte ich das liegt an Sodium das hat irgendwie so ein wiesiger Engine Bug mit NVIDIA aber scheinbar ist es ja nicht drin mehr ich habe noch einen Shader probiert aber der ist ziemlich wie sagt man den ähm unscharf beziehungsweise trüb das war einfach nicht so gut obwohl er eine Realistik Kontinium heisst er ja mochte ich nicht so also ein Unterschied mit mit dem wenn ich die Abstürze nicht mehr habe also es sollte eigentlich jetzt nicht mehr abstürzen ich mache das einfach so ich gehe dort wieder hin und mache nochmal einen Waypoint jo also wir müssen das nochmals ein Dorf ok geil also hier in diesem Dorf könnte ich ungefähr sein bleiben dann könnte ich eigentlich hier relativ näher das Haus machen bei diesem Hügel da das erste wunderbare Haus ist Shunimap und wir suchen einfach noch einen besseren Standort also hier kommt eine Farm hin eine kleine schöne Farm jo das reicht Kühe sind auch in der Nähe super die brauche ich und wir fangen an mit Holzkohle und dann gehen wir irgendwo buddeln das Zuckerrot hat eine andere Farbe scheinbar hier hm ziemlich cool so wir brauchen Kisten ich tue jetzt mal die Kisten ein bisschen weiter weg da muss ich ein bisschen beide am pflanzen auch ein bisschen weiter weg so also was brauche ich jetzt momentan das Fleisch kann ich hier die Blumen fragen nicht ähm die Setzlinge pflanze ich an den Kürbis brauche ich nicht und die Holzspitzhocke brauche ich auch nicht so für einen grossen Baum sehr schön wunderbar ich hoffe die wachsen hier die Setzlinge also ich muss den Bakepunkt machen aus ähm Bauern mit so ein bisschen rötlich geht geht nicht so wir brauchen ja facken das ist wichtig so also ich denke wenn ich nicht etwas im Menü noch einstelle oder so oder einen Wegpunkt über die Map mache stürzt das hoffentlich nicht mehr ab aber ja Minecraft ist halt unter Java und stürzt das immer sehr gerne ab wenn man irgendwas ja modifiziert und so aber ja Minecraft alleine ohne Mods ist einfach nicht so gut spielbar man braucht einfach ein paar Dinge also Minimap brauche ich schon gerne gerne ähm ja ich muss mal kurz schauen ich habe hier so einen Rahmen kann ich den ein bisschen kleiner machen äh also gutes Rollenspiel kann ich jetzt noch nicht machen das ist ein bisschen ein Problem ich so viele Sachen einfach nicht richtig einstellen kann längere Zeit brauche ich finde nix ah hier ist die Map Dunkelheit die ist ganz hell kann ich ein bisschen niedrig machen was ist eine Bild Dunkelheit also das ist das ganze dann ich weiss nicht wie man dann sagt also irgendwo hat es das ist wirklich ein Problem Mods sind sehr sehr unübersichtlich man kann ein paar Sachen einfach nicht einfach fixen es ist eine zweite Minimap was ist denn das Minimap 2 oder ja ok ich weiss es gerade nicht das ist echt kompliziert wo man das einstellen kann ist es Background oder so nein das ist etwas anders bei der Fullscreen Map ist es nicht Kortografie oh das ist also wenn da jemand das weiss die Minimap die da ziemlich berühmt dann bitte Kommentare damit so ich habe ein bisschen Eisen das heisst ich kann einfach hier ein Ding machen so gut also dann gehen wir mal in die Mine irgendwo in eine Mine ok der Baum ist einfach ein bisschen höher aber nicht grösser ich dachte der wäre ein bisschen grösser so wir hatten wieder einen Unfall auf der Hautbahn wahrscheinlich oder so Krankenwagen Sirenen sind zu hören gibt es öfters am frühen Morgen wenn die Leute noch müde sind und zu viel Rasen auf der Hautbahn nicht Rasen lieber Spieler gell nur in ihren Rennspielen aber nicht im Real Life äh ja ich habe eine einen Pfeil he abgekommen oh im Fuss oh ho 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 ich kann nicht mehr so gut laufen mhm Rache Aua in den Arsch äh ne den Vordergrund äh das ist mir jetzt gefährlich ich gehe lieber ins Dorf oder so ne ich muss ja in eine Mine gehen jetzt bin ich traurig lieber Spieler ja gut jeder fängt an und ist noch nicht ein Zerfeilprofi irgendwie muss man halt immer anfangen zuerst mal anfangen und dann Profi werden oder? ist doch klar gut wir haben ja das Bett dabei ich könnte aber noch mehr Schafe gebrauchen und so weiter ähm ja ich gehe mal eh nicht ins Dorf ich brauche hier schon mal weil diese Fachangestellten für Dummheit müssen natürlich jo überleben können das sind arme Dinger die haben nicht mal Intelligenz hm ja Intelligenz haben sie schon aber das ist sehr sehr begrenzt ne sie sind tolle Leute also das ist schon ziemlich interessant soll ich die mitnehmen? ja könnten selten sein gut ja aber ich finde keine Höhlen es ist irgendwie sehr anstrengend irgendwo noch runter zu kommen ohne ihnen Daten zu kassieren das müssen wir noch ein bisschen ja also sonst mache ich schon ein Loch oder so man muss halt viel mehr arbeiten mach die wahrscheinlich auch nicht so gerne gell also vor dem PC hocken oder an Konsolen ist natürlich nicht gerade also ist natürlich etwas spannender und weniger frustrierend und schwer das ist die ganze Zeit herum zu buddeln einer hat erst kürzlich irgendwo ich weiss nicht in Chile oder sowas ein Loch gebuddelt über 40 Meter und ist dann einfach eines Tages rein gefahren sofort tot gewesen wahrscheinlich oder ist dann gestorben wegen Verletzung und das sollte man nicht wenn den anderen ein Loch gräbt fällt selber hinein gut ähm ich habe sehr viel Hunger was könnte ich denn machen ich könnte vielleicht Fisch jagen noch mehr Zucker damit aber das kann ich nicht essen das macht Übelkeit und erbrechen äh Furzgeräusche so eine Qualle oder einen Tintenfisch meine ich ist jetzt nicht gerade das was ich brauche zum Essen möchte ich nicht essen möchte ich nicht essen ich mag mehr das fürchte nicht so aber ich habe nicht so viel Luft das ist das Problem gut ein bisschen Fisch habe ich Fisch ist hoffentlich ein bisschen gesunder Lachs oh okay ich habe etwas cooles gesehen das könnte ich eigentlich noch machen aber ich mache jetzt hier erstmal eine Mause Dankeschön fürs Zusehen im nächsten Part gehen wir dann dort zu den Kirschblüten das ist auch bei uns in der Nähe aber die sind nicht rosarot die sind grün aber rot oder ja rot gelbe und braune und schwarze Kirschen haben wir bei uns in der Region wo ich herkomme aus einer anderen Dimension so ja ich hoffe es war gut ich habe mich ein bisschen gut angestellt ihr dürft gerne immer wieder Verbesserungsvorschläge oder Ideen wünschen in die Kommentare schreiben also so ganz hundertprozentiges Bärenbleibrollenspiel machen natürlich nicht aber ich möchte eben ein paar besondere Sachen machen und ja erratet das mal in den Kommentaren ihr dürft gerne Kommentare schreiben Dankeschön fürs Zusehen bis zum nächsten Part Tschüss